Letztes Wochenende war ich an der britischen Botschaft in Berlin. Ich wollte mir ansehen, wie Menschen dort die Blumen niederlegen für die verstorbene Queen Elisabeth II. Es war sehr wenig los und ich habe mich entschlossen, mich in das Kondolenzbuch einzutragen. Bereits nach zehn Minuten war ich in der Botschaft. Im Eingangsbereich konnte man sich dann in eines von zwei Kondolenzbüchern eintragen. Anschließend bin ich nach Potsdam gefahren und habe mir die Sonderausstellung über moderne Kunst angeschaut. Es waren unter anderem einige Jackson Pollock-Gemälde zu sehen und auch ein Rothko. Das Barberini-Museum liegt am Alten Markt. Dazu muss man wissen, dass keines dieser Gebäude hier wirklich alt ist. Die historischen Gebäude wurden im Krieg zerstört bzw. stark beschädigt und anschließend von der Regierung der DDR abgerissen. Die Gebäude, die heute sehr historisch aussehen, sind erst einige Jahre alt. Aber sie vermitteln den Flair dieses alten Marktes. Anschließend bin ich weiter ins holländische Vettel gegangen. Alles ist im roten Backstein gehalten und es gibt ganz viele niedliche kleine Boutiquen, kleine Geschäfte und viele Restaurants und Cafés. Anschließend bin ich noch weiter gelaufen zur Brandenburger Straße. Das ist die Einkaufsstraße in Potsdam und dort bin ich speziell in die Galeria Kaufhof gegangen. Soweit ich weiß, ist dieses Gebäude immer ein Kaufhaus gewesen und es hat eine historische Glasdecke, die sehr schön leuchtet. Vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, würde ich mich auch über ein Abonnement freuen. Bis dann! 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 Vielen Dank.